Radio B2 Deutschlands Schlagerradio Hier ist Radio B2, Deutschlands Schlagerradio. Heute an diesem Mittwoch, diesem ganz besonderen Mittwoch, der 24. April. Morgen jährt sich ein besonderer Tag für Musikfans, ganz besonders im Osten zwischen Arlbeck und Zittau, kannt und liebt ihn jeder, Holger Biege. Ich freue mich, dass dein Bruder Gerd Christian heute zu mir gekommen ist. Hallo Gerd. Ja, ich freue mich, dass du mich eingeladen hast. Ich hole noch ran Gerd Christian Biege, mit den Klammern. Genau, du bist der Biege. Die Vertretung für Holger jetzt. Und die erste Frage, die ich gleich an dich habe, es ist tatsächlich so, dass Stimmen, also eure Stimmen ähneln sich ja auch frappierend. Ist das tatsächlich Erbgut? Das ist Erbgut, würde ich sagen. Wir sind Brüder, wir sind zwei Jahre auseinander nur, haben die gleichen Eltern und singen seit unserer Geburt. Ja, das heißt, du bist der etwas Ältere. Ich bin zwei Jahre, ich habe zwei Jahre vorher bekommen. Holger wurde nur 60 Jahre. Ja. Morgen jährt sich sein Todestag. Ja. Da wollen wir erst mal als erstes gleich sagen, dass es eine Einladung gibt, gerne auch für Sie, unsere Hörerinnen und Hörer in Mecklenburg-Vorpommern. In Greifswald haben wir ja auch eine Frequenz. Ihr werdet eine Gedenktafel einweihen. Ja, morgen wird in Greifswald eine Tafel angebracht, eine Gedenktafel in der Goethe-Straße 7. Und da sind natürlich auch Fans und Freunde von Holger Biege. Das ist euer Kinderhaus, euer Geburtshaus. Da sind wir beide geboren und ich, wie gesagt, zwei Jahre vor ihm, ich habe schon mal gewartet auf ihn und dann nach zwei Jahren kam Holger. Ja, wir werden uns darüber unterhalten, wie eure Kindheit verlief, wie das kam und Holger war ja auch tatsächlich so eine Art Wunderkind. Trotzdem hast du ihm in Berlin dann untergebracht, wenn ich das mal so sagen darf, hast ihn in die Öffentlichkeit geschubst. Weiterhin, ja. In der Lankernstraße in Weißensee. Ich habe ihn in die Branche geschubst. So, darüber werden wir gleich reden. Jetzt erst mal überreichen wir eine musikalische Visitenkarte von diesem musikalischen Genie. Hey, das kann man nicht anders sagen. Holger Biege, hier ist er. Hier ist Radio B2, Deutschland Schlagerradio. Holger Biege haben wir gehört. Gleich hören wir auch Gerd Christian, denn Holger Biege hat ja für dich viele Songs geschrieben, auch deinen ganz großen Hit. Ja, den größten, den sich über eine Million mal verkauft hat. Der Titel Saki auch, in Klammern, ich liebe sie immer noch. Kennt jeder so auch mit dieser Zeile. Und das war wirklich ein Hit, der heute noch, man merkt auch, der hat diesen Oldie-Status bekommen und er behält ihn auch. Ja, lass uns mal chronologisch ganz kurz zurückgehen. In diese Zeit Ost-Berlin, du warst bei Fritzens Dampferband mit den Verrückten zusammen, Nina Hagen, Achim Enzel, Michael Fritzen als Bandchef im Frack mit dem großen Vorbild Udo Lindenberg. Udo Lindenberg war sein Vorbild, ja. Sehr, sehr schräg. Und dann kam eben jener sensible, wenn ich das so sagen darf, Holger Biege, der ein Genie war, der sich das Klavierspielen beigebracht hat. Als Kind hat er schon begonnen, in Greifswald hat er schon angefangen mit Klavierspielen und als wir 1960 nach Berlin gezogen sind, haben die Nachbarn, die das Klavier besaßen in Greifswald, Ich bräuchte ja einen Schluck Wasser. Ja, werde ich ja gleich noch organisieren. Und da haben sie das Klavier, wurde mit nach Berlin gegeben, geschenkt an Holger und da spielte er wie ein, also er war dann acht Jahre alt, er spielte schon als Kind wahnsinnig gut, auffällig gut und hat dann später komponiert. Und wir haben viele Dinge zu Hause gemacht. Also er spielte und wir beide sangen alles, was rauskam. Auch von Heinz Quermann, die ganzen Hits, aber auch von Rias. Ach, das habt ihr da oben auch gekriegt? Ja, nee, in Berlin dann. Ach, in Berlin schon. Das fand dann in Berlin statt, in Berlin, Greifswald war noch ein bisschen kleiner, ne? Genau. Ich war zehn und Holger war acht, als wir dann von da nach Berlin verfrachtet wurden von unseren Eltern. Und ja, und da haben wir also alle Hits aus der ganzen Welt gespielt und auch vom Rias natürlich schon. Und dann hier, Heinz Quermann, diese beiden Sendungen haben wir intensiv gehört, Radio Luxemburg haben wir gehört, EFN und die Nummern wurden alle gespielt. So, jetzt hast du so viel erzählt, jetzt kommen wir gleich auf die Geschichte, die ich unbedingt noch von dir hören will. Jetzt hören wir dich erstmal mit dem großen Hit, den dein Bruder für dich geschrieben hat und der dich auch in gewisser Weise, das muss man einfach so sagen, unsterblich macht, dieses Lied. Michael, das hast du aber nett gesagt. Ja. Michael, du, ne? Na, wenn du das sagst. Wenn ich das sage. Du kennst ja so viele. Sag ja auch, ich liebe sie immer noch. Danke. Ach, da kriege ich mir eine Gänsehaut. Hier ist Radio B2, Deutschlands Schlagerradio. Sie sind dabei, das ist gut so. Gerd Christian ist heute bei mir. Der Grund, morgen wird eine große Gedenktafel eingeweiht. Sein Bruder Holger Biege. Morgen jährt sich der Todestag. Ich hatte vorhin einen kleinen Rechenfehler im Kopf. 65 Jahre ist er noch geworden. Ja, korrekt, ja. Viel zu jung, muss man einfach sagen. Absolut. Wir wollen über diesen besonderen Künstler reden. Es gibt eine Geschichte aus diesem Musikerclub in Berlin-Weißensee, Langkernstraße. Wo jeder so, da haben die Musiker so Sessions gemacht und so. Die guten, sehr gute. Die sehr guten. Und trotzdem war immer ein leichtes Stimmengewirr. Jeder hat seine neuesten Anekdoten erzählt. Genau. Und dann kam eben jener, Holger Biege, damals noch ein junger Bengel. Ja, genau, genau. Mit seinem älteren Bruder. Mit seinem älteren Bruder. Und Holger sang und spielte und plötzlich wurde es, und es waren ja alles Kollegen, das ist ein schweres Auditorium, es wurde immer leiser, immer leiser, immer leiser. Man konnte die berühmte Stecknadel tatsächlich hören. Ja, buchstäblich. Und irgendeiner sagte, wer ist denn dieser geniale Musiker? Das war der Trompeter Lenz, von Lenz, ein Knispel hieß er. Knispel. Knispel. Und Gerd Christian Biege stand da und sagt, das ist mein kleiner Bruder. Ja, das ist mein kleiner Bruder, habe ich gesagt. Stimmt wirklich, ne? Und er sagt, wo kommt der denn? Ich sage, aus unserer Wohnung. Ja. Und keiner kannte ihn. Und er wollte nie mit. Und er wollte auch nicht in diese Branche, in der ich ja schon war, weil ich ja durch die Dampferbände schon 1973 eher angefangen hatte als er. Und meine Mutter hat gesagt, na, wenn er nicht will, brauche er ja auch nicht. Und ich sage, Mutti, der muss singen. Wer so eine Stimme hat, muss singen. Und da habe ich mitgeschleift, da kam er mit. Und von Stund an, das war die Initialzündung, kann man sagen, in der Lankernstraße Weißensee. Und da war dann mit einem Schlag bekannt und alle sprachen in Berlin, die maßgeblichen Leute sprachen von diesem ominösen Holger Biege, den vorher keiner gesehen hatte. Ja. Und was das für eine Stimme und der überhaupt, wo kommt der her und spielt ja wahnsinnig Klavier, ne? Ja. Morgen jährt sich dieser Todestag, der Tod selber überschattet von einer schweren Krankheit, er hat einen Schlaganfall bekommen. Schlaganfall ist ja, wenn man es rechtzeitig entdeckt, kann man viel machen noch, man muss ganz schnell sein. Bei ihm ging das leider schief. Er konnte gar nicht mehr kommunizieren zum Schluss. Auch für dich eine sehr schwere Zeit. Ja, wir haben uns, wir hatten ja nicht immer den guten Kontakt, das gehört der Vollständigkeit habe dazu. Wir waren nicht immer nur einer, ein Herz und eine Seele waren wir eigentlich bis, ja bis 80, 1980 etwa. Ja, ihr wart aber nicht Kein und Abel. Ja, ja. Es gab eben einfach auch Meinungsverschiebung. Wie oft in Familien, ist gar nicht ungewöhnlich, ne? Und wir waren beide so eine Prototypen. Er war der eine dominant, er war dominant, ich aber auch. Jeder von uns wusste, was er will, ne? Und da kommt sowas vor. Ja, und wir haben uns dann drei Jahre vor seinem Tod, da haben die Frauen, also meine Frau Rosi und seine Frau Cordy, die haben da Brücken geschlagen und da bin ich zu ihm in den Westteil Deutschlands gefahren und da haben wir uns vertragen. Aber nicht mehr mit Worten, sondern mit Blick und Gesten und Blicken, ne? Gut so, ne? Ja, war sehr gut für mich, Gott sei Dank. Jetzt hören wir Holger Bieger, wir werden gleich weiterreden, dich auch noch singen hören, denn was mich interessiert, inwieweit seine Flucht aus der damaligen DDR dir auch zu schaffen gemacht hat, das interessiert mich persönlich. Sie bleiben bei uns, wird richtig spannend. Unser Gast heute, Gerd Christian Biege, der Bruder von Holger Bieger. Hier ist Radio B2, Deutschlands Schlagerradio. Schmeckt dir es? Wunderbares Wasser, ausgezeichnet. Gänse, Gänsewein, sagte man früher. Das muss ganz schön teuer sein hier, das schmeckt gut. Ja, Radio B2, Deutschlands Schlagerradio, eine schmale Anstalt, wie ich immer wieder gerne sage, wir sparen. Aber gut. Aber gut. Lieber Gerd Christian, du bist heute bei uns, morgen wird die Gedenktafel eingeweiht in Greifswald für deinen Bruder, eine Ehrung in der Stadt, die Stadt ist stolz. Du bist im Moment unterwegs, es gibt Lesungen, es gibt ja ein Buch über Holger Biege von Wolfgang Martin, du bist mit dabei, du singst auch live. Ich singe live, ich habe dann, wenn nicht gerade ein Pianist bei, Potensen ist aus Greifswald oft dabei, Thomas Potensen, ein Unikum am Klavier und der begleitet mich oder auch der Manuel Schmidt von Stern Meißen begleitet mich auch. Ich saß ja auf diesem Stuhl schon des Öfteren. Und wenn die aber nicht da sind, dann singe ich alleine zum High Playback, also ich hundertprozentig live und auf dem Band ist nur Klavier drauf. Und dazu singe ich dann und die Leute sind, es ist unglaublich, was da passiert, viele weinen oft. Wir hatten neulich eine Veranstaltung in Berlin, Neu Helgoland, die Leute haben geheult. Dagmar Friedrich war auch da, eine liebe Kollegin, die sprang auf und viele andere, die standen, also wir hatten eine Standing Ovation. Also sowas habe ich auch noch nicht erlebt in der Form. Ja, diese Lieder haben uns ja alle geprägt. Ich habe Holger ja erlebt, da war ich auch noch ganz, ganz jung, hatte mit dem Job nichts zu tun, in der Mensa, in der Südstadt, Rostock, Südstadt und wir waren ja alle hin und weg. Das war ja für uns, das war ja genial, dieser Mann. War wirklich, auch zu der Zeit muss man denken, er sang wie kein anderer im Ostdeutschland, also im Ostdeutschland. Und er war eine neue Stimme, eine neue Art und er hatte eine Musik geprägt, die gab es so nicht. Er eckte dann an, beziehungsweise fühlte sich beschnitten von der Obrigkeit. Irgendwann kam jemand und sagte, ja, wir schicken dich jetzt noch einmal rüber zu einem Auftritt. Und als er dieses noch einmal hörte, hat er gedacht, das hört sich an wie das letzte Mal, bleibst du mal drüben. Aber ich muss sagen, du hast das Buch sehr gut gelesen, du weißt ja alles. So, jetzt ist er drüben geblieben. Ja, genau. Und da gab es ja noch Familienzusammenführung, Familie und so. Ja, also diesen Teil möchte ich gar nicht so groß besprechen, lieber Micha, weil da halte ich mich so mit raus. Wie war das aber mit dir? Wie sind mit dir die Medien umgegangen? Ja, dazu könnte ich sagen, weil das habe ich dann wieder selber erlebt, also meine Titel wurden aus dem Rundfunk rausgenommen, die gab es, die wurden nicht, ich wurde jahrelang nicht mehr gespielt. Echt, ja? Ja, und dann, im Fernsehen gab es auch nicht mehr eine ganze Weile, eine ganze, ganze Weile und irgendwann, weil die immer gedacht haben, wenn der Holger geht, weil wir immer, wir sahen so eine Freundschaft, wenn der Holger geht, geht der auch. So hieß es, hat mir mein Texter Fred Gerz mal gesagt, sagt er, man munkelt in den Kreisen, ja, welche auch immer das waren, die Kreise kannte ich nicht. Und da habe ich so, ich bin ja ein Bodenständiger Typ, da wo ich bin, da bleibe ich auch, ja, ich habe nicht so diese, war ja auch nicht so bedeutend wie Holger mit dem allen, was er da kann. Und, also, irgendwo war ich da ruhiger angelegt. Ja, also das war, Fernsehen war weg und Rundfunk war weg und ich durfte auch jahrelang nicht produzieren und irgendwann habe ich dann neue Titel produziert, aber da waren, da fehlten mir einige Jahre, die ich, ich habe zwar auftreten können, aber ich durfte zum Beispiel, ich hatte ja ein einiges Programm zu Gast bei Gerd Christa mit der Biegeband, mit dem Rest der Biegeband dann noch, ja. Ja, aber ich durfte zum Beispiel aufgrund dessen nicht im Grenzgebiet singen. Ah, okay. Ja, meine Band war im Grenzgebiet und für mich kam dann Ersatz, ich durfte, wenn wir bei Magdeburg Türen. Ja, 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 Bar leben und so, ich kenne das alles. Aber ich war nie dabei, ich durfte, bei mir hatten sie Angst, so ein Blödsinn, ich werde doch nicht über die Stacheldraht hopsen, bin doch nicht lebensmüde. So ein doofes Land, muss ich an dieser Stelle mal sagen. Ja, ja, das sind so, das ist doch irre, ne? Wir wollen Musik hören jetzt mal von dir und wir wollen mal was ganz Aktuelles hören, damit man weiß, dass du ja heute noch nach wie vor im Ball bist. Ja, möchte ich, alle zwei Jahre ein Album. So, ne, das muss man erst mal nachmachen. Was wollen wir hören? Du darfst dir einen Titel wünschen. Ähm, ja, muss ich, darf ich da mal auf das Cover sehen? Ich freue mich immer, wenn Künstler nicht wissen, was wir hier haben. Ja, alle zwei Jahre eins. Lassen Sie mal einen kleinen Moment, kleinen Moment, kleinen Moment. Wir sind gerade live auf Sendung, Künstler sucht sich gerade nicht aus. Ja, ich suche hier, alle gucken zu und ich suche. Alle gucken zu. Drei Sekunden, das ist furchtbar. Ganz Deutschland wartet. Ja, auf den langweilig. Gibt es denn sowas? Rosi, wie heißt der Titel? Rosi ist deine Frau, sitzt deine Ecke, ist seine Regierung. Das Leben hat es gut mit uns gemeint. Der, wer mit Micha, die sechs, glaube ich, ist das. Ja. Haben Sie es mal mitgekriegt, was ich hier, deswegen habe ich graue Haare bei meinen Gästen. Ja, weil die Interpreten so schwierig sind. Das ist Christian, ne? Das Leben hat es gut mit uns. Der ist aber nicht mehr der Jüngste, ne? So ist es. Hier ist der Titel, bitteschön. Ja. Radio B2 Deutschlands Schlagerradio Hier ist Radio B2, hier ist Deutschlands Schlagerradio. Gerd Christian hier bei uns, Fischkopp, immer noch so. Das kann man sagen, zumindest, ja, so ein Mittelteil. Ich bin ja am Botten geboren, Greifswald, Greifswald, ne? Am Botten, das ist ja nicht die große Ostsee, aber es ist immerhin auch Wasser gewesen. Also ich bin der Mittelteil vom Fisch, nicht der Kopp und nicht der Schwanz, ich bin der Mittelteil. So, ne? Aber schon lange, lange Wahl-Berliner. Ja, wie gesagt, ich bin 50 geboren, mit dem 10. Lebensjahr, wie ich von der Zielt habe, sind wir beide, Holger und ich und meine Eltern. 50 geboren? Da wirst du ja nächstes Jahr 70. Ja, ja, ja. Ja, mich ja. So, ne? Das streichen wir jetzt aus dem Protokoll. Das müssen wir ganz schnell rausschneiden. Nein, das ist nicht so schlimm. Ich lebe, ich habe kein Problem damit. Weiß ich doch. Ich freue mich sogar, weil ich immer mit solchen Zahlen sage, oh, geschafft, das hast du alles geschafft, mein Herz tropfen. So, und du kannst das nächste kommen, was will. Aber eigentlich habe ich alles geschafft. Lass uns nochmal ganz kurz über Holger reden. Morgen wird ja seine Gedenktafel angebracht in Greifswald. Eine große Ehrung, auch ein großes Gefühl und für jeden Musiker auch wirklich einen Ritterschlag. Und ich sage ja auch immer wieder, Tod ist nur, wer vergessen wird. Und Holger ist nicht vergessen. Und da arbeitest auch du mit dran. Das ist auch gut so. Holger war, so genial wie er war, so sehr verletzlich war er auch, glaube ich. Er war verletzlich, sehr sensibel, aber auch schwierig. Er war auch für andere wiederum schwierig und mit sich selbst auch. Also er war auch zerrissen. Hat sich ständig in Frage gestellt. Ja, hat sich selber in Frage gestellt. Und ihm war das, wo wir sahen, Wahnsinn, da war er noch lange nicht zufrieden. Also er wollte immer noch mehr. Und er war auch sehr kompromisslos. Also das sind vielleicht auch die Probleme, die er mit den Funktionärern hatte. Also er wollte immer gerne seine Linie durchziehen. Die war ja nicht gut, nicht schlecht. Aber ob das die anderen alle gleich erkannt hatten, war die Frage. Naja, na okay. Aber so ist er ja auch im Westen angeeckt. Also auch da kam er ja nicht. Aber da war es auch nicht so einfach. Er kam rüber und man wusste ja, Holger Bieger ist ja Holger Bieger aus dem Osten. Aber er hat auch, man hat ihm gesagt, ja aber so wie er singt, das gibt es hier nicht, das brauchen wir hier nicht. Und da haben sie ihm Platten hingelegt, so mehrere Platten. Er soll ein bisschen singen wie Joe Cocker. So was geht nun gar nicht. Denn er war ja jemand, das haben sie erstmal gar nicht verstanden. Er war, also wie gesagt, schwierig war es da auch. Wieso das ist, mit dem eigenen Gesicht. Ja, das eine Gesicht. Was für ein schöner Übergang. Das eigene Gesicht hat er für mich geschrieben. Und dann drüben selber neu produziert, auch als Titeltitel für sein Album. Das dritte Album sollte glaube ich so heißen. Oder halt der Tiso. Hat bei ihm so geheißen. Ich habe bei uns nach der Bende auch eins rausgebracht mit dem eigenen Gesicht, weil der Titel war eigentlich mal für mich. Ich singe ihn auch heute noch immer wieder gern. Und ein toller Titel mit tollem Text und so weiter. Ja, aber schön wie du das, aus dem eigenen Gesicht, ja. Das ist das Allerwichtigste. Du hast ein eigenes Gesicht, du bist wie du bist, deswegen mag man dich. Du trägst dein Herz auf der Zunge. Ich kenne dich auch noch aus den Zeiten, wo du auch mal gesagt hast, ich bin Bauarbeiter, wenn mir was hier nicht passt, dann zeige ich dir mal. Ja, aber ich bin Ruhe geworden. Wir alle. Die Altersweisheit. Die Altersweise. Oder Altersweise, sagt man ja nicht. Aber groß bist du immer noch. Heinz Guermann hat immer gesagt, einer der Größten. Und ich habe gedacht, Mensch, im Alter schrumpft er. Aber wir haben uns jetzt umarmt. Ich habe gesehen, dass du immer noch sehr viel größer bist als ich. 1,90 Barfuß. So, eigene Gesicht hören wir jetzt. Von dir. Gerne. Holger hat es geschrieben für dich. Er hat selber auch gesungen. Wir hören es jetzt von dir. Du machst morgen alles schön. Ja, danke. Abends gibt es noch ein Konzert oder nachmittags? Ich bin da noch in Neubrandburg im Marstall. Das ist eine sehr schöne, große Gaststätte. Große Gaststätte. Da lässt sich sehr gut Musik machen. Und ein nettes Publikum im Marstall Neubrandburg. Also wer da noch Lust hat, hinzukommen. Da sind wir dann nach der Geschichte. Also wir machen nach der Ehrung mit dieser Tate. Sind wir noch in Greifswald in einer Bibliothek. Irgendwo machen noch so eine Autogrammstunde. Und rasen dann rüber nach Neubrandburg. Also wir haben viel mit der Biegesache zu tun. Aber wie gesagt, als alter Biege, der ich ja bin, Gerd Christian Biege, muss ich das machen. Das ist meine Pflicht. Alles klar. Das eigene Gesicht hören wir jetzt. Ich danke dir für den Besuch. Alles Liebe und Gute für dich. Danke schön, Micha. Radio B2 Deutschlands Schlageradio